Mein lieben Geisterjäger, hilf Igon, die 12. Etage nach dem Mandala-Knoten des Hotels zu durchsuchen. Das ist, ja, es war hier mehr oder weniger alles Wahnsinn. Und hier sehe ich noch was Blaues. Das habe ich beim Rendern gesehen. Das ist irgendwo noch ein, äh, aber ihr wisst ja, die Dinger sind irgendwie nicht ganz so leicht zu finden, die, äh, Artefakte, ne? Was ist das hier? Das ist hier ein Artefakt, Freunde. Wir müssen, ich heiße euch auf jeden Fall ganz herzlich willkommen und, wir müssen auf jeden Fall hier noch ein Artefakt finden, denn, da, ist das vielleicht hinter der Tür? Und ich sehe das jetzt einfach nicht. Okay, gehen wir hier weiter lang. Ah, ah, ah. Wo mag es denn sein? Wo mag es denn? Mal sehen, mal sehen, was du findest. Ja, ich scanne schon. Ich suche mein Artefakt, aber, 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 aber irgendwie. Da geht's wieder runter. Oh. Diese ekelhafte, wirre Masse aus Haaren zuckt und windet sich. Das ist ja schrecklich, mein Lieber. Das ist, das ist, das ist disgusting. Aha. Irgend, irgendwo bist du? Okay, wir scannen mal weiter, Freunde. Hier, Ruhe, Gewalt, Freunde. So ist das richtig. Hier, bitte sehr. Tschüss. Die Dinger können wir, glaube ich, nicht, ne? Das müssen wir, hier müssen wir durch. Muss ich jetzt hier? Moment. Okay, dann gehen wir erstmal andersrum, Freunde. Wir gehen erstmal, lass mich da durch. Ich muss da durch, ganz schrecklich schnell. Ich werde auf jeden Fall das, 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 das PKE-Meter nochmal aufsetzen, denn, man weiß ja nie, was so, ne, auf dem Weg noch dazwischen kommt, ne? Mhm. Wir müssen ein Zimmer suchen. War das 12.21? Ich hab's vergessen. Es ist länger her, dass ich aufgenommen habe. Aber wir folgen einfach Egon mal. Egon, mein Junge, du gehst voraus, ja? Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bist du bereit? Ja, ja, ich denke schon. Moment, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, äh. Ich muss auch wieder reinkommen, so ein bisschen Scheuerung. So, ihr wisst, das ist immer das Problem, wenn man länger nicht aufgenommen oder gespielt hat, ne? Oh, was ist da? Auf jeden Fall kein Artefakt. Also, ich sag jetzt nicht, dass ich Angst habe, das werdet ihr von mir nicht hören, Freunde. Nein, ich, äh, das, äh... Alles hier voll zugesponten, Freunde. Ja, ja, was meinst du, was ich hier mache, Alter? Übernicht das Blaue. Aber das Blaue, das finde ich nicht ganz so richtig prickelnd. Ein paar Flammen bleiben über. Ja, jetzt geh da vor. Jetzt bist du mutig, ne? 12.22. Kein 12.21. Okay. Wo ist das? 12.21 muss doch hier sein. Das ist 12.20? Okay, der geht da gleich wieder runter. Trau niemals dem bloßen Auge. Es ist bestimmt hier, auch wenn wir es nicht sehen. Diese Spinnenweben scheinen sich mit starken, psychogenetischen Energien voll gesaugt zu haben. Das bedeutet Krieg. Okay, vielleicht müssen wir mal den, den grünen nehmen. Okay. Ja, ich bin mittlerweile schon ein sehr erfahrener Geisterjäger. Na, wirkt doch einladend. Ich weiß nicht. Wenn das alles Beutesäcke sind. Guck mal, wie die da hängen. Das, das, das... Ich will es auch nicht hängen. Ich will hier kein Spinnenfutter werden, ehrlich gesagt. Da steht noch der Säckkühler. Schön, wie die Spinnenweben jetzt durch die Gegend war. Aber, ne? Ah. Na, Jungs? Wart ihr das Mittagessen? Guck mal, PKI-Meter. Ja, Egon, was schießt denn hier so rum, Alter? Wir müssen gucken, dass wir... Uh, da geht's weiter, da geht's weiter, okay. Das gefällt mir gar nicht, aber wir haben keine anderen Optionen. Ab zu mir. Komm zu mir, kleiner Mann. Ja, ja. Ich komme. Ich komme. Keine Ahnung. Nein. Ich bin angstfrei geboren. Das war gelogen. Das war gelogen. Das war gelogen. Werden Sie holen? Ghostbusters. Wir sind nicht allein. Erkundet den Unterstoff der Spinnenhexe? Spinnenhexe? Wir sind nicht allein. Oh Gott, oh Gott, hier liegt alles von der Knochen. Was sind das für welche? Wir sind keinster jähriger. Wir gehören doch nicht. Nein, nein, das ist wir. Wir gehören uns selber. Aha. Oder mal rein ist es. Aha. Ist das eine Ratte oder ist das eine Spinne? Hallo, ich, äh. Noch nicht, Kind, noch nicht. Erst wenn du uns besiegt hast, dann gehören wir dir. Okay. Da geht's auch noch weiter. Gut, gut. Ist er nicht gerade hier langgekrabbelt? Pardon, so. Äh. Ich will jetzt keinen PKI mehr da aufsetzen. Okay, rotes Geister. Geister, das ist ein Geister. Rot sind die Geister, liebe Leute, ne? Die Geister, die ich rief. Das wird überhaupt nicht wehtun. Ja, das ist, schauen wir da mal. Da bin ich noch nicht ganz so sicher. PKI wieder, jaja, jaja. Oh Gott, das ist ja voll aus Labyrinth hier, Freunde. Hahaha. Das gefällt dir. Das findest du lustig. Ja, das ist ja cool. Du hast irgendein ziemlich kranken Humor, Kind. Bin ich jetzt hier im Kreis gelaufen? Igor? Okay, dann machen wir doch mal den PKI wieder ein. Ja, ja. Aber ich bin der Ritter. Du hältst dich ja mal dezent zurück, Kollege. Okay. Okay, wir gehen mal nach PKI. Sei nicht schüchtern. Ich mag keine schüchteren Jungs. Okay. Ich bin ganz schüchtern. Dann magst du mich ja nicht. Wie stimmt's? Das ist ja eigentlich ein guter Schutz. Findest du nicht? Oh. Oh. Sucht mich doch, wenn ihr euch traut. Okay, ich glaub, hier irgendwo muss es stecken. Da ist es auf jeden Fall ziemlich... Versuch mal, ein Signal aufzufangen. Ja, ja, was meinst du, was ich hier versuche, Alter? Das ist... Aber weiter komm ich nicht ran. PKI wieder vorhin. Ja, aber... Da. Da hinten. Okay, den Lüfter... Ja, ja, aber irgendwie komm ich ja jetzt so nicht dran. Hast du dich je beobachtet gefühlt? Ja, gelegentlich. Wenn wir das Futter sind, dann ist das auf jeden Fall... Jetzt mag ich mal spielen. Ah ja? Okay. Baby, dann komm her und spiel mal eine Runde. Dann kenn ich gar nichts. Vorsicht! Was, 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 was? Vorsicht, wie? Vorsicht. Ich seh nix, ich seh nix. Ich seh nix, wir müssen nicht lüften, aber gut, okay. Äh... Aha, aha, aha. Aha. Ich suche dich in den Stördlern. Ja, am Fressen. Ich hab dich nicht aufwarten. Ich hab dich nicht aufwarten. Ich hab dich nicht aufwarten. Wo, 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 wo magst du denn wohl fressen? Oh, Moment, da hab ich die noch scannen. Hab ich das... Okay, ich glaub, ich hab sie gescannt, so. Äh, lach nur, lach nur, lach nur, lach nur, wir sind im Gigon. Wir sind auf jeden Fall ein paar Geistergäger. Oder ist das so schön, ne? Hey, pass auf! Pass auf, links von ihr. Links von mir, links von mir, okay, 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 okay. Glaub's ruhig, glaub's ruhig, Baby, glaub's ruhig. Es darf sich nicht wieder aufladen. Okay, wo, 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 wo ist er, wo ist er, wo ist er? Okay, wir müssen jetzt den PKI immer... Da, 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 da. Da lang, da lang. Da lang. Oh, der geht so langsam. Wieso geht er so langsam? Alle, jetzt müssen wir ihn Gas geben. Egon? Irgendwie, der kriegt, der kriegt, das ist vor Ort am Abkriechen, ey. Wow. Was? Los, Bewegung! Was? Wow, wow, wie, wo? Ja, ja, rüben. Wir sind auf jeden Fall Spaß. Das sind wir schon mal im Schuh. Wow! Alter, hab ich mich jetzt verliegt? Geht mit dem scheiß PKI weg, da! Piu, 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 ich bin stärker als du hier. Ja, Egon, du, 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 die kam da doch gerade entgegen. Wieso hast du denn nicht das... Okay, da, da ist sie, ich glaube, da hinten ist sie hingegangt. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. ok wo ist jetzt da ist sie da ist sie da ist sie da ist sie das ist was ist sie nicht da ist sie nicht ich hab die mir noch nicht gescannt das ding wird stärker wird stärker du rennster dummen sind los in der gegend rum und ich muss hier gucken dass ich die scheiße anspielen das ist es ist nicht gut okay du bist ein bisschen nervig ich bin ein großer fan so mir gedruckt ist genug ist tot ist eine grünspann sporen und schön willst aber hier bist du keine wirkliche hilfe kollege wo ist das vier jetzt ist sie sich wieder voll und der läuft so langsam ohne mit dem pk oder ist ja dass ich habe mich gerade weggesämmel gewonnen doch wenn ich jeden ist totes war es dass sie spielt uns ganz schön zu Ja, noch lacht sie, noch lacht sie. Oh, nein. Ja, 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 du schweißt, da kann keiner leiden, Alter. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da schlägt's aus, da schlägt's aus. Ja, mit dem PKI ist der so scheißen langsam, ey. Weiß ich nicht. Ja, drauf halt, was ich hier mache, Alter. Was ich mit zur Geburtstagsparty hier, oder was, ey. Was tut's? Was? Dumme kleine Männer. Dumme kleine Männer? Kommt, spielt mit meinen Männern. Ja, 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 wir spielen, wir spielen, wir spielen, aber wegen viel... Wo reißt sie auseinander? Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Mehrere Kontakte. Okay, okay. Entlüften, 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 entlüften. Was? Ist das der Bamitz vorbei da? Nein, das ist Mandala. Da, die Mandala-Karte. Ray, Winston, melden. Seid ihr da? Egan, was ist passiert? Bist du in Ordnung? Der Rekrut hat die 13. Etage gefunden. Wir haben sie deaktiviert. Die PKI-Levels sind wieder akzeptabel. Dieser Knoten des Mandala ist voll neutronisiert. Alles klar, wo bist du? Wir sind wieder in der zwölften Etage und konnten nichts finden. Alles wirkt ziemlich normal. Wir sind anscheinend wieder im Rubin-Ballsaal. Wir treffen uns beim Ektor 1. Egan, sag's mir nochmal, warum fahren wir ziellos im Nebel herum? Wegen des letzten Knotenzweckmann. Wir schließen ihn und versiegeln das Mandala sowie die Geister darin. Ich will ja nicht nerven, Egan, aber ich seh da kein Mandala. Was hast du gesagt? Shandor Island ist hier. Es ist zu instabil. Ich muss euch absetzen und dann wegfahren. Wenn das Ektor 8 sinkt, sind wir auch im Eimer. Ray, da du so begeistert warst, zur Geisterinsel zu kommen, sollte ich das Boot übernehmen? Ich dachte, ich mache eine nette Geste und als Resultat ernte ich nur argwöhnische Blicke. Ja, es reicht, ja? Und jetzt los! Denn niemand rennt dem eigenen Tod so gern entgegen wie dieser Typ. Wie ist die Geschichte dieses Orts, Egan? Diese Insel gehört seit Generationen den Shandors. Das Schloss wurde um 1860 erbaut. Ivo Shandor benutzte es als Zuflucht, Labor und Tempel für sich und andere Kultmitglieder. Okay, das ist alles gut und schön. Aber kann mir jemand erklären, wie eine ganze Insel sinken kann? In der Nacht, in der der letzte Shandor starb, gab es eine riesige Flutwelle. Und der Fluss verschlang die gesamte Insel. Shandor hatte die Insel Gozer geweiht und die Geisterwelt forderte sie zurück. Jaja, das sehe ich genauso. Und was ich jetzt noch sehe, ist, dass wir die Treppe da nehmen, um reinzukommen. Ja, die Treppe. Die nehmen wir dann. Aber jetzt in der nächsten Folge. Das ist ein großes Loch, Leute. Ich schwimme im November, nicht im Hudson River. Also, wie wollt ihr da rüberkommen? Vielleicht funktioniert der Kran da noch. The Crane. Ja, das soll das... Ich habe immer noch die Spinnenfrau in den Knochen. Jetzt muss ich hier schon wieder Kräne. Das ist alles ganz schrecklich. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich suche auf der verlorenen Insel nach dem Mandala. Eliminiere alle paranormalen Entitäten. Das ist... Liebe Leute, die sind so eine Abinierende. Freunde, haltet euch wacker. Ciao, ciao. Sagt Röhr. Spiegelkind 45. Mandala-Experte. Hahaha.